Heute habe ich wieder Zeitung gelesen und habe ich gesehen, Ähm, Effenberg macht wieder Schlagzeilen, ja, denn es kommt ja demnächst ein Buch raus und heute schon der zweite Tag mit einer Titelseite von Stefan Effenbergs neuem Buch. Das heißt, das Buch hat auf jeden Fall schon mal zwei Seiten, ja. Das kann ich Ihnen sagen, ja, ja, weiß man doch nicht, was er so alles in seinem Leben erlebt hat. Und, äh, schauen Sie sich das mal bitte an. Ja, Meine wilden Frauen ist dieses Mal das Thema und es geht auch, äh, um die Tätowierungen von Stefan Effenberg. Haben wir die Zeitung hier irgendwo liegen? Ich glaube hier, ja. Es geht auch um die Tätowierungen von Stefan Effenberg und Frau Strunz, ja. Und zwar... Häschenwitze sind wieder in, habe ich gelesen. Ist auch neu. So, Häschenwitze sind wieder in, wo war das denn? Na, da steht's nicht. So, ich hab's gleich, meine Damen und Herren. Sie müssen nur, so. FC Köln ist aufgestiegen, weiß ich schon. Hab ich ja selber... Wo ist das denn? Steht das gar nicht hier? Arbeiten bis 67. Da kommt was auf euch zu. Was? Ach, hier ist es doch. Da hab ich's doch. Hier, und zwar, da geht's los. Stefan Effenberg, die Abrechnung. Ein Sheriff brachte mir die Scheidungspapiere. Was ist das denn? Ich komme vom Fluss. Ja. Ich komme vom Fluss, meine Damen und Herren. Ich komme vom Fluss und bringe die Scheidungspapiere. Und dann hab ich hier, ähm, hab ich hier das gesehen. Die beiden sind tätowiert, ja? Ein Liebestattoo. Hier sehen Sie, Frau Effenberg hat hier so ein Herz. Äh, Frau Strunz, Entschuldigung. Oh, jetzt war ich ein Fehler. Frau Strunz hat hier so ein Herz und die 51, ja? Das heißt, äh, Martina Effenberg hatte wahrscheinlich die 50, ja? Oder was soll es bedeuten? Ja, weiß man nicht genau. Ach nee, jetzt sehe ich sie auch. Effe hat auch die 51, ja? Und, äh, Frau Strunz hat ein S und ein C für, ich glaube, S wahrscheinlich für Stefan und C für? Frau Strunz. Ja, aber die heißt doch Frau Strunz, die heißt doch gar nicht C, oder? Heißt die nicht Frau Strunz? Ja, jedenfalls C für Frau Strunz. Und dann, äh, äh, die 51, liest man, da kann man dann hier lesen, die 51 ist nämlich die Glückszahl der beiden, ja? Die haben sie sich ausgedacht, wir brauchen eine Glückszahl, haben gesagt 51, ja? Haben dann aber erst eine Woche später festgestellt, ja, beim Lotto geht's nur bis 49, scheiße, ja? Na gut, jetzt ist sie schon mal auf dem Arm, was soll man machen? Roulette geht auch nur bis 36, ja? Aber man kann es ja sonst auch, äh, so eine, so eine Glückszahl muss man ja auch praktisch anwenden können, da kann man zum Beispiel zum Bäcker gehen, sagt, ich hätte gern ein paar Brötchen, sagt der Bäcker, wie viel ist das denn? Ach, 51, ja? Oder, oder, oder im Schuhgeschäft, ja? Was haben Sie für Schuhgröße 51, ja? Ich frage mich, wie diese Glückszahl zustande kommt, äh, vielleicht haben Sie beide einen IQ-Test gemacht, haben Sie gedacht, ach komm, nehmen wir das direkt als Glückszahl, ja? Ja. Also, 51, ja, oder? Kann das sein? Haben Sie es wahrscheinlich, sind wahrscheinlich beim IQ-Test gewesen, ja? Haben dann die Ergebnisse zusammen addiert und haben gesagt, das nehmen wir als Glückszahl. So. Ach so, das muss ich Ihnen auch noch zeigen, da habe ich die Zeit schon wieder weggelegt, da ist dann noch so ein Hammerbild dabei, hier, das ist unfassbar, meine Damen und Herren. Das muss ich Ihnen unbedingt noch zeigen, und zwar, das Hochzeitsfoto von Stefan Effenberg, ich weiß nicht, ob Sie es heute gesehen haben, haben wir auch groß auf der Wand, das Hochzeitsfoto von Stefan Effenberg mit Martina Effenberg. Unfassbar, oder? Hätte, hätte man das gedacht. Sensationell, oder? Wahnsinn. Die Frisur. Ich bin aber gar nicht sicher, ob das die Frisur ist, das könnte auch, was Effenberg da im Nacken hat, könnte auch so ein Fellkragen von der Jacke sein, oder? Schauen Sie mal hin. Guck dir auch was. Unfassbar, oder? Was Sie nicht wissen, Stefan Effenberg war ja damals nicht nur Fußballer, ja, sondern er hat sich auch nebenbei noch was Geld verdient, er hat, glaube ich, auf drei Pudelzuchtschauen den ersten Platz belegt. Sensationell, wie so ein Kragen, aber Spenzerjacken hatten, glaube ich, gar keine, Spenzerjacken hatten gar keine Kragen, oder? Weiß man nicht so genau. Und kann ich mir genau vorstellen, wie der Pfarrer vor den beiden gestanden hat und gesagt hat, Martina, möchtest du wirklich, möchtest du wirklich diesen Stefan Effenberg mit dieser Frisur und dieser Jacke zum Mann nehmen, hast du dir das auch gut überlegt, bis das Frau Strunz euch scheinen, ja, und da hat vor allem dann wahrscheinlich gedacht, ja, ist schön, gerne. Hammer, das Foto.